Im ersten Heimspiel setzt es eine Niederlage. Im Rahmen der Champions Hockey League verloren die Viener Capitals 1 zu 3 gegen Yip Yveskele. Wir waren nach dem Spiel für euch in der Mixzone und haben die Stimmen von den beiden Headcoaches, Saar Schabar und Marco Wirtenen, sowie Caps Kapitän Andreas Nödel für euch eingefangen. Coach Schabar, am Ende 1 zu 3 Loss gegen Yveskele. Wie war das Spiel von deinem Hinblick? Pretty good game. I think both teams played well. I thought as the game went on, we got better and better. Unfortunately, you know, that second goal, the penalty kill really hurt us. But for the most part, I'm really proud of the guys. I thought they competed extremely hard and especially in the third. In the third, I really had the feeling that we had the momentum on our side. We did have our chance to score. Unfortunately, we missed on those. And obviously, you got to put them in the back of the net when you play against a quality team like this. But as far as the effort is concerned, I have no complaints whatsoever. What were the key points for the Nats loss? Well, obviously, you know, that the penalty kill and the missed opportunity, you know, when we had the chance to score. Because it really changed the momentum of the game. And, but you know what? We're coming. So I liked our third period a lot tonight. On Saturday, there's the next game against Neyman Grodno. What do you expect from this game? You know, I expect us to play like we did in the third tonight. I thought, you know, we made less mistakes. We were hungry. We were on the puck playing physical. And, you know, if we do that, it's not easy to do that over 60 minutes. But when we do that, you know, we're a very difficult team to beat. And this is our last game before the regular season. So we're going to make sure we put our best effort on the ice. Marko Wirtanen, congratulations. The 3-1 win over the Vienna Capitals. How was the game from your point of view? Thank you. Just so difficult game what we expect. Very fight, very open. It's very, very, very hard. And they fight really hard. And many penalties. We got a power play, but we also got a box play. So first period, in the beginning, we score. And after that, game was our good rhythm. We lose our momentum. And we know after that, that Vienna is going to come up. And, 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 but, but, like I say, it was just so difficult what we expect here. What were the key points for the Nats win? And, and, yes, good box play. And, yes, good box play. And last we, we scored at Paupe, Klo, and Go, and that was 2-0. And that was good. On Saturday, there's the next game against Duke. What do we expect from this game? There's a lot, lots of skills guy. They, they skating well. And then fans, they are very loud. We know that. And, 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 it's a difficult, it's a different game. And, and, it was very tight game in, in Jyväskylä. And, my expert, same, there. Jarkko Iminen, a local hero in, in Zouk. How is he excited for, for a, for a comeback in, in Zouk? Yeah, for sure. They, it's gonna be warm for Jarkko. Both ways, I think so. But, uh, it's, it's good. It's, 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 it's good. I like to be and play here in Europe because I like really, 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 that atmosphere here with those fans. And, and, uh, everything is, it's, 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 it's fine. Am Ende einer 1-3-Nieder gegen Eves Klee, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ich glaube die ersten 10 Minuten haben ein bisschen verschlafen, da haben die recht gut gespielt. Ich glaube dann ab dem zweiten Drittel haben wir einige Chancen gehabt, die nicht eingekaut, Baubleh haben ein paar Chancen gehabt, die auch nicht eingekaut und dann Strafe genommen. Ich glaube im dritten Drittel haben wir unser bestes Drittel gespielt, dann die Strafe genommen 2-0 und dann gegen so eine Mannschaft ist es fast unmöglich zurückzukommen. Von oben hat es ausgesehen, als wäre der von der Geschwindigkeit her immer um ein, zwei Schritte hinten drückt erscheint? Ich weiß nicht, ich war nicht oben, ich weiß nur, dass wir recht gut mitgehalten haben. Ich glaube im zweiten Drittel haben wir ein paar hundertprozentige gehabt, die wir normalerweise einhauen. Im dritten Drittel genau das gleiche und ich glaube es hapert bei uns ein bisschen an der Chancenauswertung und daran werden wir arbeiten und dass wir bereit sind für die reguläre Saison. Am Samstag steht das nächste Spiel gegen Eman Grotner an. Was ist der Plan jetzt für die nächsten paar Stunden? Regenerieren, viel Wasser trinken, gut schlafen, morgen gutes Training und dann gegen Weißus und der nächste Brocken sozusagen, ich weiß nicht wie die heute gespielt haben, aber die sind sehr technisch sehr gut und da müssen wir unser bestes geben um zu gewinnen. Das war es also. Von mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald.